Was viele auch gar nicht auf dem Schirm haben, das ist der nächste Punkt und das sind die Wetterbedingungen. Klar, kann man das nicht ändern, dass man in Deutschland lebt und es vielleicht immer regnet, zumindest bei uns in Norddeutschland. Aber du kannst schauen, ist das vielleicht ein zugiger Ort. Ist das vielleicht so, dass die meiste Zeit des Tages, die wichtigste Zeit ist, sage ich mal, ab Mittag, Mittag bis Nachmittag. Also wenn der Automat in der Vormittagssonne steht, ist es nicht ganz so schlimm. Man sollte ihn ja eigentlich nie in die direkte Sonne reinstellen. Die Automaten können das wohl ab, das weiß ich, mache ich ja auch. Aber am Nachmittag sollte immer Schatten auf dem Fenster liegen. Denn ihr müsst überlegen, hier wird alles heiß, es ist eklig. Wenn die Sonne drauf scheint, dann kann man die Sachen gar nicht richtig erkennen. Und der Kunde fühlt sich nicht wohl. Das ist wieder ein Punkt, warum er weniger kauft. Nee, da habe ich keinen Bock anzuhalten. Man kann da eine Beschattung rüberbauen zum Beispiel. Aber das ist ganz wichtig, dass man den Standort auch danach aussucht. Und ja, ist es vielleicht an der Nordseeküste, pfeift dann Wind durch oder ist es unangenehm? Also ihr müsst ja natürlich immer gucken, dass es für den Kunden so angenehm wie möglich ist. Und deswegen halt dieser Punkt bei der Standortanalyse und bei der Standortsuche, der auch darüber entscheidet nachher, wie viel Geld ihr verdient. Umso besser der Standort ist, umso mehr Geld verdient ihr. Manchmal sind auch Standorte... ... ...